mein leute und herzlich willkommen zurück zu let's play hyrule warriors video im letzten part haben wir zanto frei gespielt und ich habe mir überlegt wir kümmern uns jetzt erstmal darum dass wir hier immer das waffe bekommen also hoffentlich immer das waffe bekommen mal gucken so wir nehmen eine bikeron klinge mit natürlich ist ja auch vorgegeben und zwar die hier meinetwegen nehmen wir die ist die stärkste und damit sollten wir die mission hoffentlich im a-rang abschließen können wir werden sehen okay 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 karte ist ja ganz interessant aus gut ich kann erst mal hier rüber weil ich sehe hier zwei große fette rote punkte und die will ich doch erst mal erledigen zapp 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 blöder dino dorus kam her hier verdammt ich hätte doch noch erwischt naja ich dachte der wäre woanders hin und flogen durch die bomben verdammt ich habe hier noch ein bisschen weg und dann haben wir hier noch ein den ich auch noch weggenommen sehr gut und dann holen wir uns die festung noch weil wir es können so perfekt hier ist jetzt auch das tor aufgegangen sehr schön so dann wollen wir doch hier uns ein bisschen durch mitzeln und die hier noch gut dann haben wir hier noch eine markierte festung die wir uns auch gleich noch schnappen wollen weil warum nicht schadet ihr nicht na 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 mist da war ich zu langsam ja passiert so gut das ist jetzt erstmal hier das gewesen und dann hier den dinodorus noch weiter umprügeln sollte ja nicht so schwierig sein und weg ist er perfekt ok da haben wir hier noch einen dinodorus der umgehauen werden will oh ne ne anhand der tentakeln ehrlich ja so ein mist ey ok so wo sind die hier unten hier haben wir einen so gut und dann ist da hinten noch was na meinetwegen aber erstmal hole ich mir den westplatz wenn ich eh schon mal hier drin stehe kann man den auch gleich mal erobern so kommt mir hier sagt und meine dankeschön perfekt hallo kiste na was haben wir hier was haben wir denn hier wir haben hier einen herzteil perfekte mundo sehr schön nehmen wir mit so dann haben wir hier noch ein dinodorus um zu hauen und damit haben wir dann auch die isolierten erhalten komplett gerettet perfekt so das wäre das und dann will ich jetzt auf jeden fall erst mal zu dem blöden mann handelstintakel da hinten da ich da sowieso hin muss um die fee zu bekommen ist das sowieso da ist auch eine wasserbarriere da will ich erstmal nicht reinrennen weil ich will so wenig schaden wie möglich durch so ein schwachsinn nehmen so als denn wir sind ja eh gleich da so ihr beiden mann handelstintakel weg mit euch okay so der festlingskommander ist direkt schon da mensch das ging ja schnell weg mit dir weg mit dir so hier noch ein bisschen wasserschaden mit drauf so so wieviel schaden haben wir insgesamt schon gefressen 1 9 das ist gut bis 4000 habe ich ja zeit sage ich mal aber bis 4000 schaden darf ich nehmen so perfekt alles meins hier ab und du blöder dinodorus haus doch mal bitte ab was hältst du davon geh mir einfach aus dem blickfeld ja meinetwegen auch so äh 2 7 ui 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 gerade einiges an schaden gefressen ja jetzt schon wieder das aua oh shit ich darf keinen schaden mehr nehmen super darf keinen schaden mehr nehmen na geht noch geht noch aber ich muss auch noch knappe 600 kills machen hm blöd das ist gerade echt doof ich hoffe das passt noch ich hoffe wirklich das passt noch dass ich das noch durchkriege hei 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 das wäre so cool wenn ich die mission nicht nochmal machen müsste äh naja warum habe ich jetzt den boomerang geworfen ich weiß es nicht naja ist in ordnung dann habe ich ihn halt geworfen was solls so 750 aber ich brauche 1200 da das wird noch eine ganze zeit dauern bis ich die zusammen habe äh ich gehe mal erstmal hier nach oben in die festung in die festung kann man immer ganz gut ähm kann man immer eine ganz gute anzahl an gegnern besiegen das wollte ich sagen aber hier sind jetzt gerade echt wenig drin initial das ist ein bisschen blöd aber naja gut das ist halt so 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 ja ja aber ich sag mal so etwa 50 kills werden wir hier kriegen bis die festung eingenommen ist ein bisschen mehr sogar das ist schon mal ganz in ordnung geht besser aber ja 50 kills sind 50 kills was solls passt schon sag ich mal ey ich hab noch mal schaden genommen ne hab ich nicht dann hat das ähm herz einfach nicht so viel geheilt dass ich wieder voll gewesen wäre ok das ist kein problem damit kann ich umgehen so moment dann hier mal nach nordwesten um ach quatschen nicht hier lang man muss auch in die richtige richtung rennen was sagt die zeit acht minuten ok das passt noch zeit ist voll in ordnung gerade so hier sind ein paar noch ein gänger noch erledigen zack zack sind immerhin ein paar vereinzelte gegner kann man nicht meckern so gut dann haben wir hier noch ein paar gegner ok in dieser mission ist es echt schwierig die 1200 kills zu kriegen muss ich sagen das ist so das wo ich am ehesten dran scheitern werde ja weil wir die gegner ausgehen naja oder was heißt am ehesten dran scheitern wer da am ehesten dran scheitern könnte ich weiß ja nicht ob ich dran scheitern werde so 900 hey haben wir schon mal drei viertel geschafft sehr schön so können wir noch ein bisschen klein erledigen bevor wir uns um den festungs kommandanten kümmern so perfekt ist das auch erledigt Das Problem ist jetzt tatsächlich, dass ich wahrscheinlich die eine Festung, wo auch noch eine Wasserbarriere mit drin ist, dass ich die auch erobern müsste. Dafür aber keine Fehl übrig habe, denn die Fehl brauche ich hier. So, ich mache die hier schon mal kaputt, die Wasserbarriere, damit ich hier durchkomme. Ordentlich. So. Okay. Dann nehmen wir die hier noch mit. Dann habe ich hier auch schon fast alles eingenommen, was ich einnehmen kann. Naja. Schauen wir mal, ne? Hätte ich nicht so viel Schaden genommen, wäre das auch kein Problem mit der Festung dort im Süden. Weil dann hätte ich das einfach weggetankt, was da an Schaden reinkommt. Aber, ich weiß nicht, ob das noch reicht. So. Kommt mal alle her. Sehr schön. Danke sehr. Dann haben wir hier jetzt einen Herzcontainer drin. Erfahrungsgemäß. Perfekt. Haben wir das schon mal auf jeden Fall beides bekommen. So. 1500 Kills. Das kann ich hinkriegen. Das kann ich hier noch hinkriegen. Weil hier im Hauptquartier sind natürlich immer besonders viele Gegner. So. Okay. Das waren nochmal 100 Schaden, die ich bekommen habe. Ist aber noch in Ordnung. Ne, ne, ne. Ich darf mich von Agnete halt echt nicht treffen lassen. So. Bis ich halt die 1200 Kills zusammen habe. Weil vorher kann ich halt auch nicht wirklich gegen sie kämpfen. So. Immer mal wieder einen Angriff gegen sie. Damit ich am besten halt, ähm, diese Wasserverzauberung, nenne ich es jetzt einfach mal, gegen sie drauf behalte. Weil sie dadurch auch nochmal beim Angreifen eng geschränkt ist. So. Okay. Ich bin fast bei den 1200. Sehr schön. So. Okay. Die 1200 haben wir schon mal. Sehr schön. Jetzt nur noch Agneter killen, ohne dabei Schaden zu nehmen. So. So. Perfekt. Ach Mist. Leider haben wir hier die Schwachstelle nicht ganz bekommen. Naja. Was soll's. So. Dann hier nochmal ein Spezialangriff. Und nochmal ein Spezialangriff. Zack. Okay. Und dann ist sie auch gleich weg. Sehr schön. Wundervoll. Und. Und. A-Rang. Perfekt. Yes. Hui. Es war so ein bisschen knapp. So ein bisschen arg knapp. Aber es hat alles funktioniert. Hui. Hui. Sieg. Yes. Sö. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. You. Kann man mal machen. Einfach so ein Schwert in die Luft kicken. Es war mit dem Schaden aber wirklich knapp. Holy shit. Na ja. Es hat funktioniert. Äh. Spiron-Schwert. das war die büro und klinge feuer okay okay alles gut alles gut ich habe mich nur gerade gewonnen habe ich doch schon aber nein hatte ich tatsächlich nicht okay so dass die kann weg auch keiner und hier müssen wir jetzt zwei wegschmeißen das ding kann weg und das ding kann weg scheiß auf den rubin bonus jetzt mal so den doris arm schutz agnetas korb und ein bisschen brosnes zeug gut 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 damit haben wir die waffe jetzt auch schon mal frei gespielt das ist schön das gefällt mir so stimmt agnetas waffen stufe 2 hat man auch schon frei gespielt da war ja was so was bist du für eine mission verheerende treffer das machen wir noch das machen wir noch so zeigt mal her mit der bombe okay so sehr schön dann kümmern wir uns doch hier mal um die verheerenden treffer und natürlich machen wir das auch direkt mit ruto um hoffentlich direkt auch den herz container zu kriegen wäre auf jeden fall ganz cool und verheerende treffer ist jetzt nicht so oder schwierige ja so schwieriger missionstyp sage ich mal man muss halt nur aufpassen dass man sich getroffen wird so was steht hier als dings rum natürlich sind das strahlend zyklopen ja nicht ganz jetzt aber okay so und an sich werde ich hier wieder meine pfeil und bogentaktik nutzen denn die ist ziemlich op sag ich mal so perfekt haben wir das schon mal erledigt so lange ich nicht in die nähe der nachtschwärmer komme ist alles in ordnung und wenn ich die mit pfeil und bogen erledige komme ich nicht in die rinde und deren distanzangriffen dauern auch relativ lang von daher wo ich da auch keine angst haben das ist halt recht angenehm so hier noch ein paar von den kleinen fächern erledigen einfach weil sie im weg stehen so danke sehr so so gut dann hätten wir hier auch alles wie es aussieht ab dann direkt mal hier rüber zehn stück noch ja kriegen wir hin regen war alles hin ich hoffe dass ich auch wirklich hinkriegt ohne getroffen zu werden ich will diesen blöden vor allem bei feiern der treffer ist es halt wirklich nicht schwierig wenn man pfeil und bogen nutzt den a rang zu kriegen man muss halt nur aufpassen dass man nicht doch irgendwo versehentlich erwischt wird so was haben wir hier für transport soldaten gehabt natürlich natürlich ein forst kristall so vier noch und die sind hier drüben da sind sie schon ah nee jetzt aber hey komm schon hab ich den noch erwischt bevor er mich gekriegt hat ich weiß es nicht ich hoffe es ich weiß es aber nicht das war echt knapp gerade das war gerade so minimal knapp und er hat mich scheinbar tatsächlich noch erwischt denn wir hatten hier kein keine a rang truhe die geöffnet wurde ach mist ja ding it nur weil er nicht direkt ordentlich anvisiert hat shit oh das ist blöd das ist echt blöd naja ok dann darf ich das nochmal offscreen machen yay mensch ist ja ganz toll naja das soll es dann für heute aber auch schon wieder gewesen sein ich danke euch fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich sehr über feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao ciao bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.